Im Frühsommer 2011 hat sich Dele Schwammerdingen im leerstnehmenden Amag-Gebäude umgeschaut. Hat die Stadt ihre Zielsetzung erreicht, in der neuen Werkerei Unternehmen mit günstigen Mietzins zu unterstützen? Dele Schwammerdingen hat einige von den zwischenzeitlich einzogenden Unternehmen besucht und sie befragt. Z.B. die Firma Palmisano Baia Partner Engineering. Könntet ihr euch mal kurz vorstellen, wer sich hinter diesen drei Buchstaben versteckt und was ihr da genau macht in der Werkerei? Uns WMAS PBP, wir sind das Elektroingenieurbüro. Ich bin das P, Palmisano. Und das P ist für Bayer und sind in der Baubranche tätig und im Sektor Elektroplanung. Sehr schön. Jetzt seid ihr von den ersten Mietern, die hier in die Werkerei eingezogen ist, im letzten Dezember. Wie fühlt ihr euch nach dieser Zeit? Wir fühlen uns sehr wohl hier im Gebäude. Am Anfang war es eine grosse Baustelle, aber man merkt, dass es lebt. Und wir fühlen uns ein und für sich sehr wohl hier. Ja. Haben sich allenfalls auch schon Kundenkontakt? Ja, eigentlich schon aus unserer ehemaligen Kundenstämme haben sich jetzt doch ein paar gemoldet. Und die, die bei uns vorbeikommen sind, uns besuchen, sind eigentlich positiv überrascht über das Haus. Und das ist eine gefreute Sache. Und ich denke jetzt auch mit den Mieten, die zuziehen, wird das eine grosse Bereicherung sein. Zu den ersten, die in die Werkerei eingezogen sind, gehört die Buchsakademie. Herr Schösser, vielen Dank, dass Sie uns hier für ein Gespräch empfangen in Ihrer schönen Buchsakademie. Ich möchte zuerst etwas über Sie erfahren. Sie sind in Sachen Buchs nicht gerade ein Unbeschreibungsblatt. Ja, also ich habe zu meiner Zeit in Deutschland... Dorthin schauen? Ich habe in meiner Zeit in Deutschland viele Titel geholt, nationale wie internationale. Ich war mit der Nationalmannschaft unterwegs zu Weltmeisterschaften, Euro- und Olympischen Spielen. Ich habe Medaillen geholt und denke, ich kann jetzt mein Wissen weitergeben an die Jugend, und älteren Leute im Freizeitsport. Wie fühlen Sie sich da? Ich fühle mich hier pudelwohl. Gerade Zürich ist ein wunderschönes Fleckchen. Und hier in Schwammding fühle ich mich absolut wohl. Die Werkerei hat sehr viel möglich gemacht für mich als Kleinunternehmer. Da muss ich Ihnen nochmal Danke sagen. Da muss man sehen, was die Zeit bringt jetzt. Also das Dach rüberkommen. Auch Dachspezialisten haben ihren Stützpunkt an der Überlandstrasse 105. Und das Dachspezialisten ist sehr gut für mich. Willkommen in der Werkerei. Können Sie uns kurz sagen, was Sie hier im Sinn haben? Also wir sind eine Bedachung Spengerei-Unternehmen. Sind jetzt seit dem letzten Jahr ca. Also seit einem Jahr jetzt am Markt tätig. Wir sind welche Jugendunternehmen und ich versuche uns da auch weiterzuentwickeln. Und eben deswegen haben wir jetzt hier den Standort gewählt. Ist wirklich ein super Standort auch von der Anbindung her. Und sicherlich auch von den anderen Mietern her sehr interessant. Haben Sie noch einen Wunsch für Ihr Geschäft hier in der Werkerei? Einfach, dass es so gut weiter läuft, wie es bis jetzt gelaufen ist. Und ja, dass wir einfach eine gute Stadt finden hier in Schwammerding. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Hannes Schmid, bekannte Fotokünstler, bereitet seine Ausstellung für das Jahr 2013 in Bernfall. Herr Schmid, Sie sind Fotokünstler und in dieser Funktion auf der ganzen Welt rumgekommen. Sie haben unter anderem die Marlboro-Kampagne fotografiert. Was machen Sie jetzt da in der Werkerei? Das ist natürlich so, im Alter zieht es einem immer wieder zurück ins Nest und in die Heimat. Das war auch bei mir so. Von meinen vielen Jahren Reisen bin ich zurück in die Schweiz gekommen. Und ich arbeite an sehr grossen Kunstprojekten. Im Moment sind wir dran für das Kunstmuseum Bern für die Eröffnung, die am 15. März 2013 ist. Eine sehr grosse, retrospektive Ausstellung zusammenzustellen. Das heisst, mein Archiv muss teilweise neu überarbeitet werden. Ich male sehr grosse Bilder für diese Ausstellung. Und da gibt es natürlich auch viele Fotografien, die vergrössert werden. Installationen, Video-Installationen. Und das ist eigentlich das, was ich im Moment hier in der Werkerei mache. Also wir bauen eigentlich die Ausstellung für Bern. Sehr schön. Wie fühlen Sie sich da heute in der Werkerei? Ja, ich meine nach gewissen Anfangsschwierigkeiten, die wir hatten, weil wir keine Heizung hatten. Im Januar, im Februar fühle ich mich sehr, sehr wohl. Also wenn man das Atelier anschaut, den ich habe mit Nordlicht, ist natürlich ein Traum. Die Arbeitshöhe ist ein Traum. Es ist sehr toll. Also wir werden auch von denen, die die Zwischenvermietung machen, ganz, ganz toll eigentlich betreut. Und auch von der Stadt sehr gut betreut. Also für mich als Künstler ist das ein Glücksfall. Was? Wie ein bisschen über das Quartier, wo die Werkmärkerei steht? Schwammerdinger? Ja gut, Schwammerdinger. Ich meine, ich bin in Zürich-Hönk aufgewachsen und nachher in Zürich-Altstetten. Und heute wohne ich in Gotthausen und ich meine, Schwammerdinger ist Schwammerdinger. Wir haben immer als Kind gesagt, in Schwammerdinger ist Kilby, in Schwammerdinger ist Tanz. Und wir sind natürlich auch immer da, außer auf Kilby als Buben. Und ich habe da nie gewohnt, aber ich kenne das schon. Und ich glaube, das tut dem Quartier sehr gut. Das ist sehr schön, dass man das hier hat. Es hat mir Freude uns auf die Ausstellung im nächsten Jahr in Bernd. Danke vielmals für die Auskunft. Danke. Es ist erstaunlich, als im Frühsommer 2011 noch die leeren Hallen, Gebäude und Bäumlichkeiten der Amag zu besichtigen waren, sieht man heute, wie sich die Werkmärkerei mit verschiedenen kleineren und grösseren Unternehmen füllt. Es ist nicht ganz interessant zu schauen. Für die Schwammerdinger aus der Werkmärkerei, der Richard Keller.